Bayern braucht einen neuen Chef im Mittelfeld. Das ist doch Quatsch, das ist der Letzte, der mir da einfällt. Da sieht man mal, wie wenig Ahnung du von Fußball hast. Man dachte schon, es geht bergauf und schon gibt es die nächste Enttäuschung gegen Leipzig. Bei Bayern müssen sie jetzt wirklich durchgreifen, wenn es um die Planung für die neue Saison geht. Was meinst du? Na, die müssen umbauen und da müssen einfach Leute gehen. Hä? Braco? Kahn? Auch, ich denke aber eher an Kimmich. Bayern braucht einen neuen Chef im Mittelfeld. Das ist doch Quatsch, das ist der Letzte, der mir da einfällt. Da sieht man mal, wie wenig Ahnung du von Fußball hast. Ja, aber was ist denn dein Problem mit ihm? Er bringt eigentlich alles mit für die Chefrolle und das Kapitänsamt. Die fußballerischen Qualitäten, die Erfahrung, den Ehrgeiz, die Akzeptanz in der Mannschaft. Aber er bringt das viel zu selten auf den Platz. Der ist der Dreh- und Angelpunkt des Bayern-Spiels. Sprechen wir hier vom selben Spieler? Aber seine Leistung stagniert doch seit Jahren. Sehe ich anders. Der ist ein Top-Spieler und der rechte Arm des Trainers. Auf dem Platz ist Kimmich immer wieder zur falschen Zeit am falschen Ort. Und auch abseits des Feldes gibt er ein schwaches Bild ab. Quatsch! Der ist super und der hat einen Draht in alle Teile der Mannschaft und gibt Kritik auch an die Chefetage weiter. Das glaubst du doch selbst nicht. Kimmich ist oft mehr Schäffchen als Chef. Schäffchen? So wie damals Schweini, der uns dann zum Weltmeistertitel führte? Kimmich ist nicht das Problem. Goretzka hat eine schwache Saison gespielt. Ja, Goretzka hat auch geschwächelt. Nicht auch. Goretzka schwächelt. Kimmich nicht. Nein, beide haben geschwächelt. Und wenn wirklich ein Verein wie Real Madrid Interesse an Kimmich haben sollte und er vielleicht sogar ins Ausland wechseln möchte, sollte man ihn einfach gehen lassen. Und dann steht Bayern im Mittelfeldzentrum blank da. Nein, Beispiel Real Madrid. Da könnte Bayern auf ein Tauschgeschäft drängen. Camavinga, Valverde, Chuameni. Da gibt es tolle Spieler und wenn Kimmich hingehen würde, wäre da einer zu viel. Und einer von denen soll jetzt Chef bei Bayern werden und besser als Kimmich sein? Einer von denen wäre eine gute Ergänzung zu einem wirklichen neuen Chef. Ferrati von Paris oder Kovacic von Chelsea. Noch ein Wunsch? Warum sollen die denn zu Bayern kommen? Weil Bayern einer der größten Klubs der Welt ist? Das ist so lächerlich, was du hier erzählst. Die Bayern haben kein Chefproblem. Und wenn überhaupt jemand ein Chefchenproblem hat, dann sind wir das hier... Mich meinst du, oder was? Das ist ja eine Frechheit. Das nehme ich persönlich. Du alter Sauhund. Und siehste.